Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. In der heutigen ausführlichen Marktanalyse sprechen wir unter anderem über die Rede gestern von Jerome Paul und die Auswirkungen auf die Indizes und den Bitcoin und danach gehen wir im Detail darauf ein, welche Chancen wir haben und worauf es jetzt ankommt, dass die Unitiefs halten. Zu Beginn des Videos sprechen wir wie immer zuerst über einige Grafiken und Makrodaten und natürlich beginnen wir mit der Rede von Jerome Paul gestern. Die Zinserhöhung, sie war völlig im Rahmen der Erwartungen 0,75%. Auch die Rede von ihm war bis auf zwei Details durchaus überschaubar, was die Neuigkeiten angeht, aber die sogenannten Dotplots waren das, was den Markt überrascht haben. Dort siehst du, wo die FED-Mitglieder eben das Top der Zinsen sehen, vor allen Dingen 2022, aber eben auch 2023 und darüber hinaus und da lag die große Überraschung und auf das kommen wir jetzt zu sprechen. Und hier schauen wir uns jetzt mal die Dotplots in der Übersicht an und sehen, dass ein Großteil der FED-Mitglieder, alle bis auf einen kann man sagen, hier die Zinsen sogar noch für das Ende des Jahres 2022 bei deutlich über 4% zieht, sogar teilweise bei deutlich über 4,5%. Und die große Überraschung ist, dass man vor allen Dingen ja auch noch im Jahr 2023, wie du hier siehst, weitermachen will mit weiteren Zinsanhöhungen und sogar in den Bereich vordringen möchte von 4,75%, bis man dann laut Plan der FED erst wieder 2024 oder 2025 beginnt, die Zinsen zu senken und sie unter das Niveau von 4% zu heben. Das heißt, wenn man wirklich der Aussage gestern der FED glauben kann und von Jerome Paul, dann hat die FED tatsächlich vor, das Zinsniveau jetzt auf 4,5% oder sogar knapp drüber anzuheben und es dort für mindestens ein bis eineinhalb Jahre zu lassen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob die hochverschuldete Wirtschaft und die hochverschuldete Situation in den Vereinigten Staaten das aushalten würde. Und meines Erachtens können sie das eben nicht in der Form umsetzen. Und eine weitere Aussage, eben die zweite Überraschung von Jerome Paul, die mich so ein bisschen überrascht hat und da wird mir heute auch ein bisschen zu wenig drüber gesprochen. Nicole Goodkind von CNN, eine hervorragende Reporterin, die immer sehr, sehr gute Fragen stellt, hat ihn gefragt, wie er das eigentlich gemeint hat im Rahmen seiner Rede von Jackson Hole, wo er davon gesprochen hat, den Häusermarkt zu resetten. Er hat tatsächlich von einem Reset im Housing Market gesprochen, eben bei seiner Rede in Jackson Hole. Und darauf hat er geantwortet, wortwörtlich, er braucht oder er ist der Meinung, dass der Häusermarkt in den Vereinigten Staaten eine Korrektur braucht. Und so deutlich und so ausdrücklich hat er sich meines Erachtens zu diesem Thema noch nie geäußert. Er hat das Ganze natürlich auch weiter ausgeführt. Und er hat grundsätzlich recht, der Häusermarkt in den Vereinigten Staaten, er ist völlig überhitzt. Die Leute können sich eben kaum noch Eigentum leisten, natürlich auch jetzt in Bezug auf die hohen Hypothekenzinsen. Aber, dass er so deutlich davon gesprochen hat, dass der Häusermarkt, der ja sehr, sehr angespannt ist in den Vereinigten Staaten, was ja auch damals 2008 im Rahmen der großen Korrektur, kann man es kaum noch nennen, dann eben im Rahmen des Crash auch eine große Rolle gespielt hat, der Immobilienmarkt, der kollabiert ist. Und da hat er eben gestern ausdrücklich von einer Korrektur gesprochen. Ich muss sagen, die Rede war extrem hawkisch. Sie kam sogar mehr oder weniger fast dran an das, was er in Jackson Hole gemacht hat. Die Aussage mit dem Häusermarkt war meines Erachtens sogar schärfer, als er sich in Jackson Hole geäußert hat. Und hier im Hintergrund seht ihr jetzt eben die Analogie zu 2008, der Chart. Er deckt sich wirklich wie ein Ei dem anderen, mit dem großen Unterschied. Und darum geht es in der heutigen Episode. Die Juni-Tiefs, die müssen wir jetzt wirklich behandeln wie ein rohes Ei. Und warum, darauf komme ich jetzt eben in den nächsten Minuten zu sprechen. Wir kommen heute auch so ein bisschen auf das Thema Angst zu sprechen. Wir sehen hier vom Market Ear, der Fear & Greed Index, er ist jetzt bei Angst. Wir sind aber noch nicht im Bereich der extremen Angst. Und das ist eben der große Punkt aktuell. Die Crowd, wie es hier bezeichnet wird, also die Menge an Anlegern. Sie hat derzeit noch keine Panik. Und hier ist so ein bisschen meine Interpretation, was da aktuell los ist. Denn meines Erachtens haben wir im Juni, als wir den S&P 500 mit viel Gewalt auf die 3.650 geprügelt haben. Wir schauen uns die Situation im Chart heute auch an. Wir gehen heute im Detail auf den Tagesschart an beim S&P 500. Und dort hat der Markt meines Erachtens nach unten übertrieben im Juni. Und deswegen sitzen da jetzt sehr, sehr viele im Markt, die eben bei 3.650, bei 3.700 Punkten den S&P 500 gekauft haben. Vielleicht ist ja einer von euch dabei, der sich ganz genauso fühlt und der momentan tiefenentspannt ist, weil der das Gefühl hat, der hat den Kauf des Jahrhunderts getätigt bei diesen Kursen. Denn er ist absolut nicht in Gefahr. Die Märkte, sie sind völlig drunter und drüber. Der S&P 500, der läuft in alle Richtungen rauf und runter. Aber wo er nicht mehr hingelaufen ist, ist in den letzten Wochen eben wieder in den Bereich dieser Tiefs. Und deswegen müssen wir diese Tiefs extrem sensibel behandeln. Denn meine These ist, dass die wirkliche Angst und Panik an die Märkte zurückkommen würde, wenn diese Leute, die da gekauft haben und die den Markt jetzt natürlich stützen, wenn die stark unter Druck geraten. Und dazu schauen wir uns nochmal kurz die Situation von 2008 an. Wir hatten den Clip schon mal dabei vor einiger Zeit. Da waren wir so im Rahmen der August-Rallye. Hier ist es natürlich im Mai passiert die entsprechende Rallye. Und jetzt kommen wir hier zurück und brechen hier entsprechend eben unter diese Tiefs, die wir davor gesehen hatten. Und wenn der Markt dann nicht mehr drüber kommt und du siehst dann hier neue Lows, das ist der Moment, wo dann eben diese Leute unter Druck geraten, die den Markt sozusagen gestützt haben. Wenn die absolut ins Minus laufen und eben sehen, wow, ich komme hier, obwohl ich mich so sicher gefühlt habe, unter Druck. Das ist dann der Moment, wo der Markt eben loslässt und wo du dann nochmal diese massive Kaskade zur Downside bekommst. Deswegen lasst uns bitte definitiv auf diese Juni-Lows achten. Und hier schauen wir uns jetzt die Situation nochmal an in der Grafik von The Market. Hier siehst du den S&P 500 wunderschön dargestellt mit den einzelnen Levels und Tiefs. Und da sehen wir, dass wir, die Grafik heißt Approaching Juni-Lows. Wir nähern uns den Juni-Lows. Aber die Beschreibung hier von The Market ist absolut treffend. Wir sind noch nicht bei dem Moment, wo sich die Welt anfühlt. Das würde sie zu Ende gehen. Aber wir kommen der Sache langsam näher. Und der große Unterschied zu 2008, das möchte ich auch ganz wichtig sagen, das ist keine Episode, in der ich den Crash ausrufe. Im Gegenteil, es ist sogar eher eine optimistische Episode der 10x-Trading-Reihe. Denn wir haben unbedingt noch eine Riesenchance. Denn der große Unterschied zu 2008 ist, dass die Rallye, die wir jetzt gesehen haben, deutlich schärfer war als damals. Das heißt, hätten wir sozusagen jetzt 2008, wären wir schon längst unter diese entscheidenden Tiefs gefallen und die entsprechende Kaskade zur Downside, sie hätte schon begonnen. Aber da wir eben zuletzt diese monströse Rallye erlebt haben im August, ist es definitiv im Rahmen der Möglichkeit und eventuell sogar, das schauen wir uns heute genau an mit den Fibonacci-Levels, auf die wir jetzt achten müssen, im Rahmen einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar, dass diese Juni-Lows halten werden. Allerdings, und da lege ich mich auch fest, und die Wahrscheinlichkeiten steigen natürlich mit wachsender Härte und mit wachsender Horkischheit der Fett, dass etwas zu Bruch geht. Und das ist klar, wenn wir ein Black Swan-Erlebnis bekommen, wie es damals der Lehman-Moment war, dass ein kreditbezogenes Event passiert, das heißt, dass eben die hohen Zinsen, die hohe Verschuldung der Immobilienmarkt, dass das eben alles sich zu sehr anspannt, dass etwas wirklich zu Bruch geht. Da würde ich mich festlegen, dann haben die Juni-Lows keine Chance zu halten. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, damit du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen nochmal zum Thema Sentiments zu sprechen. Und hier muss man natürlich auf das absolut bärische Umfeld hinweisen. Wir haben es wieder absolut auf den Punkt getroffen mit unserer Sentiments-Umfrage in der YouTube-Community. Großes Kompliment. Am Sonntag habe ich sie natürlich mit dem, was du jetzt über die Märkte wissen musst, Video gestartet, die Umfrage. Und wir hatten 63% Bären in der Community, nur noch 19% Bullen, 18% neutral. Und mal wieder, muss man wirklich sagen, mal wieder, wir hatten bis jetzt eine sehr, sehr gute Trefferquote hier, haben wir das entsprechende Wochen-Sentiment auf den Kopf getroffen. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, schaut mal bitte in die linke Hälfte des Bildschirms. Du hast hier den AAII-Sentiment-Indikator. Und wir sind jetzt aktuell, das ist ein bisschen milder als bei uns, wir sind nur 60,9% an Bären. Aber schau dir das bitte an. Es ist der Höchststand an Bären in diesem Jahr. Und es sind die meisten Bären. Das heißt hier, bei den offiziellen Retailer-Umfragen, also Kleinanleger-Umfragen in den Vereinigten Staaten, sind es so viele Bären wie zuletzt im Jahr 2009 nach der großen Finanzkrise. Und das muss man definitiv auf dem Schirm behalten. Wir sind jetzt an einem absoluten Extrempunkt angekommen, was das negative Sentiment der Märkte angeht. Das ist definitiv, da bleibe ich weiter dabei, ein Punkt, an dem die Märkte zumindest kurzfristig mal in eine gewisse Erholungsbewegung reingehen müssten. Ich sage bewusst müssten, denn ich weiß nicht, ob du es genau erkennen kannst. Schau mal ganz genau bei der linken Grafik am ganz linken Ende, damals 2008, wo dann wirklich mitten in der Panik die Situation war. Da waren es sogar mehr als 70% Bären am Markt. Und es waren sogar, ich habe mal nachgeschaut, sogar noch mal mehr. Es waren sogar mal bei einer Umfrage damals sogar 75%. Das heißt, du siehst, unter normalen Umständen sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich sage, komm, der Markt muss hier drehen. Wir müssen hier eine gewisse Erholungsbewegung bekommen. Zumindest wieder im Rahmen einer gewissen Bärenmarkt-Rally. Und das bringt mich zurück zu dem Punkt, entweder geht jetzt was zu Bruch und wir fallen wirklich nochmal auf absolute neue Tiefstände. Oder wir sind tatsächlich im Rahmen einer Bodenbildung aktuell. Und natürlich ein weiterer Belastungsfaktor für die Märkte aktuell ist die Saisonalität, vor allen Dingen auch im Rahmen der diesjährigen Midterm Elections, also der Zwischenwahl. Und wir sehen jetzt tatsächlich, es beginnt sich hier wirklich entsprechend auszuspielen. Wir sind jetzt in der zweiten Septemberhälfte und die Märkte scheinen hier Probleme zu bekommen. Und am Ende müssen wir uns fragen, in welchem Szenario wir uns derzeit wiederfinden. Ich denke, langsam, aber sicher muss man das schwarze Szenario hier im Bild beerdigen. Zumindest kurzfristig, denn ich denke, dass wir jetzt nur einen leichten Dip sehen aktuell nach der August-Rallye, der dann unmittelbar in eine v-förmige Erholung führt. Ich denke, dieses Thema müssen wir langsam in die Schublade packen, in der auch das Wort Transitory begraben liegt von der FED. Das, denke ich, ist aktuell eher nicht mehr wahrscheinlich. Worauf wir jetzt wirklich achten müssen, und das wäre natürlich ein sensationeller und potenziell auch langfristig toller Kaufzeitpunkt im S&P 500, wenn wir wirklich einen Doppelboden bekommen, der wirklich diese aktuell extrem turbulente, gefährliche und angespannte Situation überlebt. Das heißt, wenn die Panik im Juni wirklich so übertrieben war, dass jetzt die echte und fundamental begründete Angst, die potenziell kommen kann, diese Tiefs nicht mehr brechen kann. Ich denke, dann erleben wir im S&P 500 aktuell um die 3.650 bis 3.750 Punkte. Eine sensationelle Kaufgelegenheit, aber es gibt definitiv auch das Szenario, wo der S&P 500 auf 3.200 Punkte abtauchen kann und dazu kommen wir nachher noch bei den Charts. Ich möchte mal was zum Thema Gold auch sagen an dieser Stelle, weil ich bin auch zuletzt gefragt worden, wie es denn aussieht mit dem Thema Gold aktuell. Wäre das jetzt nicht interessanter Einstieg? Und hier siehst du mal den saisonalen Chart des HUI-Tickers. Das ist der Nicey Gold Index und da siehst du, dass wir jetzt in die schlechteste Phase tatsächlich saisonal reingehen für Gold. Zusätzlich dazu, dass Gold absolut nicht gut performt im Umfeld von steigenden Zinsen. Das heißt, meines Erachtens würde ich aktuell eher nicht auf Gold setzen. Zumindest nicht, muss man einen kleinen Twist mit einbauen, nicht auf spekulativer Basis im Trading-Bereich. Natürlich, wenn du dir physisches Gold nach Hause legst, um dich einfach sicherer zu fühlen. Dagegen ist nichts einzuwenden im Rahmen einer gesunden Diversifizierung im Depot. Aber gerade jetzt auf kurzfristige Spekulationsbasis laufen wir jetzt eher in eine ungünstige Phase. Wir kommen zum Wirtschaftskalender und kommen zu den heutigen Ergebnissen direkt. Wir hatten lediglich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 213.000, knapp über der Vorwoche, aber unter den Erwartungen. Das heißt, du siehst jetzt, die Fetsi möchte, dass der Arbeitsmarkt sich endlich abkühlt. Gestern hat Jerome Paul auch darüber gesprochen. Er braucht zwischen 5 und 6 Prozent Arbeitslosenquote, um die Inflation entsprechend zu bekämpfen. Und aktuell sind sie bei knapp über 3 Prozent. Das heißt, du siehst, da wird viel, viel Schmerz auch vor allen Dingen auf die Haushalte zukommen in den Vereinigten Staaten. Auf die Frage einer Reporterin, welche Methoden er benutzen wird, um den Märkten Schmerzen zuzufügen, war seine Antwort lediglich alle. Das heißt, du siehst, er ist absolut im Paul-Volker-Modus. Wer sich erinnert an die 70er Jahre dort, das war der Notenbankchef, der eben mit drakonischen Maßnahmen es geschafft hat, die Inflation in den Griff zu bekommen. Und er hat sich gestern auch am Ende der Pressekonferenz Jerome Paul entsprechend geäußert. Er hatte seinen Mario Draghi-Moment, wer sich daran erinnert damals. Whatever it takes. Ähnlich hat er sich auch geäußert gestern. Er sagte, vertraut mir, was wir tun, wird am Ende genug sein. Also man sieht wirklich, er ist hier absolut im Terminator-Modus, könnte man sagen, um hier wirklich die Inflation in Grund und Boden zu stampfen. Hoffentlich wirklich nur die Inflation und dass das eben nicht übertreibt und die Wirtschaft gleich mitvernichtet bei der Aktion. Morgen bekommen wir um 9.30 Uhr den Einkaufsmanager-Index in Deutschland aus dem verarbeitenden Gewerbe. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der im Angesicht der explodierenden Erzeugerpreise reinkommen wird. Und um 20 Uhr hat er erneut einen Auftritt. FED-Vorsitzender Jerome Paul mit einer Rede. Bevor wir zu den Charts kommen, sprechen wir noch kurz über das Thema Earnings Season. Ich habe jetzt das Thema nicht mehr jeden Tag mit dabei, weil natürlich jetzt am Ende der zweiten Quartalsaison die Unternehmen nicht mehr die spannendsten sind, die melden. Aber ich wollte mal wieder einen Überblick geben. Nämlich sind nach wie vor nur 59 Prozent der Unternehmen, die die Erwartungen, die sehr, sehr niedrigen Erwartungen für dieses Quartal der Wall Street schlagen konnten. 2.702 Unternehmen an der Zahl und 1.908 Unternehmen sind an den Erwartungen gescheitert. Und das wird jetzt auch ein großer Faktor sein. Wie werden sich die Unternehmen im Vorfeld der Earnings Season im dritten Quartal äußern? Wie wird der Markt reagieren? Bekommen wir vielleicht sogar eine kleine Rallye in das dritte Quartal hinein, die dann wieder scharf abverkauft wird, weil die Unternehmen eben enttäuschen? Oder verkaufen wir potenziell im Vorfeld sogar noch mal ab zu der nächsten Earnings Season, dass die Erwartungen reduziert sind, dass die Unternehmen dann potenziell vielleicht sogar die Chance haben, diese massiv zu überbieten? Und das könnte dann entsprechend eben die Jahresendrallye anleiten. Absolut spannendes Thema und darauf werden wir die nächsten Tage und Wochen wieder deutlich mehr eingehen. Wir kommen zu den Charts und wir müssen leider auf die Verzinsung der Staatsanleihen blicken, muss man sagen. Schaut euch bitte an, was hier seit gestern passiert ist. Ich hatte gestern im Video gesagt, ich bin gespannt, wie dieser Chart heute aussieht. Und das heißt hier massive Entwicklungen. Wir haben heute eine Tagesrange in der zehnjährigen Verzinsung von 6 Prozent rauf und runter. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was hier im Anleihenmarkt los ist. Wirklich absolute Verwerfungszustände. Die Zweijährige sowieso außer Rand und Bann schießt oben raus. Heute Tageshoch 4,16 Prozent. Absoluter Wahnsinn. Die Invertierung der Zinskurve, sie ist bei über 0,4 Prozent. Hier schreit alles nach Rezession zuerst. Aber vor allen Dingen schreit hier alles in diesen Charts, dass der fette Anleihenmarkt außer Kontrolle gerät. Und das wäre natürlich für die Märkte eine Katastrophe. Schauen wir uns bitte die RSI-Daten an. Und hier, da lege ich mich fest, hier muss jetzt was kommen, das wir reduzieren, das wir korrigieren in der Verzinsung. Das heißt, der Markt muss hier irgendwie Entspannung finden. Denn wir sind jetzt beim RSI im Tagesverlauf an absoluten Extremwerten angekommen. Sei es in der zehnjährigen oder in der zweijährigen. Aber wir haben hier immer zuletzt, als wir hier waren, massive Entspannungen gesehen. Und sowas brauchen wir jetzt hier auch. Da lege ich mich fest. Sonst geht was zu Bruch. Hier muss Entspannung reinkommen in den Anleihenmarkt. Wir müssen hier einen Rücksetzer bekommen. Denn ansonsten fliegt hier wirklich buchstäblich der Deckel raus. Wir haben aber auch einen Lichtblick, wobei dieser Chart auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Aber es ist meines Erachtens ein kleiner Lichtblick. Denn die Fed Funds Futures dort, wo der Anleihenmarkt die Zinsen sieht im ersten Quartal oder am Ende des ersten Quartals 2023, die sind jetzt bei 4,64 Prozent. Und wenn wir uns an die erste Grafik erinnern, da sollen wir auch ungefähr hin. Das heißt, gibt dem Staat hier noch einen kleinen Schluck nach oben auf 4,75 Prozent. Noch ein bisschen Übertreibung, buchstäblich Übertreibung. RSI hier auch absolut überkauft. Aber dann ist, und das kann man wirklich sagen, für das erste Mal seit längerer Zeit, dann ist der Markt und die Fed auf einem Level. Denn dort will die Fed anhand ihrer aktuellen Aussagen ja anhand der Dotplots auch hin nächstes Jahr im ersten Quartal auf 4,75 Prozent. Das heißt, das ist hier so ein gewisser Lichtblick, dass der Anleihenmarkt oder dass wir zumindest sagen können, dass das Schlimmste an der Korrektur im Anlagenmarkt jetzt eingepreist ist. Wir kommen zum S&P 500 und die Analyse haben wir heute mal in drei Bereiche unterteilt. Wir fangen an mit dem Szenario, das wir gestern besprochen haben, das jetzt natürlich vorübergehend beerdigt ist. Wir hatten hier die lokalen Tiefs erwähnt. Hier das Hoch aus dem Januar 2021 temporäres All-Time-High. Dann hier Support, massive Rally. Und ich hatte eben die letzten Tage in den Raum gestellt, dass wir hier jetzt im Bereich der Mai-Tiefs angekommen sind. Hatte gestern im Video darauf hingewiesen, spätestens ausstoppen lassen, wenn die 3.830 Punkte brechen. Und ich hoffe, ihr habt es entsprechend befolgt und habt euch die entsprechende Downside hier gespart an der Stelle. Denn das Szenario, das wir jetzt hier wirklich schönen Support finden, Tief, tieferes Tief, höheres Tief, Rally, das ist jetzt definitiv vorübergehend beerdigt. Und jetzt schauen wir uns die aktuelle Situation an. Und jetzt schauen wir uns die aktuelle Situation an im S&P 500 und die mögliche Downside an dieser Stelle. Denn wir sind jetzt hier auch absolut an einer interessanten Marke angekommen. Du siehst hier, wir hatten im Juli nach der absoluten Kapitulation im Juni eine kleine Erholungsrallye nochmal den Rücksetzer. Aber hier ging es nicht mehr drunter unter die 3.750 Punkte. Und genau hier sucht sich der Markt oder versucht sich der Markt jetzt hier auch einen Boden zu finden. Der RSI ist fast schon in dem Bereich, wo man über Long-Einstiege nachdenken könnte. So ein bisschen mehr Downside hat er noch. Das ist noch so ein Punkt, wo ich eben aktuell gerade am überlegen bin, ob man hier schon jetzt erste Long-Positionen spielen soll für eine Gegenbewegung oder ob der Markt sich hier wirklich noch die Berührung abholen wird an diesem Trendkanal. Ich denke fast, dass hier eine gute Wahrscheinlichkeit besteht, auch aus dem Grund, weil wir dann hier das zweite Gap, du siehst hier mit dem Haken, ein Gap wurde jetzt gestern geschlossen, was wir damals im Rahmen der Bodenbildung hier geöffnet hatten. Aber hier unten ist noch eins zwischen 3.714 bis 3.680. Und wie perfekt wäre das denn, wenn du hier wirklich runterkommst in den Bereich, diesen Trend antestest, gleichzeitig hier das Gap schließt, aber dir ein minimal höheres Tief suchst, als du es im Juni gesehen hast. Und das wäre dann wirklich hier der Moment, wo man sagen könnte, okay, wir sind hier potenziell wirklich im Bereich eines Doppelbodens angekommen. Und das könnte natürlich dann hier, wenn der Markt wirklich Stärke findet, auch zu einer sehr, sehr spektakulären Gegenbewegung führen. Aktuell definitiv interessanter Bereich. Wir sind jetzt hier in der Phase, wo sich der Markt einen Boden suchen muss. Denn eins muss auch klar sein und dazu kommen wir jetzt noch wirklich auf die größere Downside zu sprechen. Wir messen jetzt hier mal vom Tief diese gesamte Bewegung ab, diese Rally, die wir im August gesehen haben und schauen uns hier wirklich die Targets zur Downside an. Und ich würde mich auch festlegen, wenn hier diese Unitiefs brechen und vor allen Dingen, wenn dort irgendein Black Swan Event mit im Spiel ist, also irgendeine Geschichte, die eben unplanmäßig kaputt geht und wir durch diesen Trend brechen und den wirklich hier als Widerstand testen, dann wäre mein Target für den S&P 500 bei 3200 Punkte. Und warum dieses Target nicht nur kurzfristig Sinn machen würde, weil es sogar die aktuellen Fibonaccis uns andeuten, wenn diese Rallye nach unten massiv auskorrigiert werden muss mit neuen Lows, sondern warum das auch langfristig ein absolut gewaltiger Kaufzeitpunkt wäre. Wir kommen hier nämlich zum Mittelwert zurück. Wir sehen, dass das die Trendlinie wäre, die wir im März 2009, also am Tief der großen Finanzkrise begonnen hatten. Wir hatten immer wieder hier bei den Pfeilen perfekte Berührungspunkte. Vor allen Dingen auch die scharfen Korrekturen haben uns immer wieder in den Bereich dieser Trendlinie zurückgeführt und die würde sich hier auch perfekt im Bereich der 3200 Punkte mit der aktuellen Kurssituation treffen. Und dazu hatten wir auch gestern eine interessante Aussage von Goldman's Dom Wilson. Er hat gesagt, wenn die Fed wirklich eine Arbeitslosenquote braucht von 5 bis 6 Prozent, um zuversichtlich zu sein, dass die Inflation sinken wird, dann ist unsere einfache Berechnung für den S&P 500 eben im Bereich zu suchen zwischen 2900 und 3375 Punkten. Das heißt, ihr seht die Dickfische am Markt. Sie haben absolut auch diese Marke im Blick. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv dein Like da und kommentiere auch sehr, sehr gerne unter dem Video. Damit kannst du aktiv die Reichweite erhöhen. Wir kommen zum S&P 500 noch im 4-Stunden-Chart, weil hier will ich wirklich die aktuelle Situation mal ganz genau zeigen und was hier gestern vor allen Dingen passiert ist im Rahmen der Rede. Wir kommen direkt in die aktuelle Situation. Wir merken uns hier mal diese horizontale Linie, die wir hier ziehen, die rote. Das ist wirklich die rote Linie im Sand, könnte man sagen, denn hier muss der S&P 500 zum Stehen kommen. Ansonsten reißen wir die Unitiefs und jetzt sehen wir hier mal, was hier passiert ist und wie spannend diese aktuelle Situation ist. Wir kommen hier gestern in diesen Bereich, wo wir sogar noch ein bisschen steigen konnten. Wir hatten hier so einen kleinen Fake-Out sogar gesehen, aber dann kam eben entsprechend die Rede von Jerome Powell und es war unter anderem zu dem Zeitpunkt, als er sich mit dieser Häuser-Marktsache geäußert hatte, dass wir hier eine Korrektur brauchen im Häusermarkt. Dort, wir waren schon weg von der Spitze, wir waren schon weg von den 3.910 Punkten, aber dann hat sich diese Abwärtsbewegung nochmal richtig beschleunigt und einige von euch sehen es schon. Wir sind jetzt hier im Rahmen einer sich anbahnenden Bärenfahne. Wir kommen hier runter. Du siehst heute um 8 Uhr morgens hatten wir nochmal eine Gegenbewegung. Du testest hier diese verlängerte Trendlinie, die uns zuvor Support gegeben hatte hier im Bereich vom 16. September. Du prallst hier ab. Wirklich perfekte Entwicklung. Muss man sagen, aus bärischer Sicht oder aus charttechnischer, neutraler Sicht, siehst du hier einfach eine sehr, sehr schöne charttechnische Entwicklung. Und was du hier auch siehst, du brichst jetzt hier durch diesen wichtigen Trendkanal durch. Zoomen wieder rein und testest ihn hier auf zwei, vier Stunden Kerzen Basis aus. Widerstand auf Schlussbasis. Das heißt, hier ist jetzt wirklich absolute Vorsicht angesagt. Und wenn sich, und das ist so spannend, und wenn sich diese Bärenfahne jetzt hier ausspielt und wir setzen die hier ans Hoch an, dann schaut mal, wo wir hier landen. Wir würden exakt bei dem Gap Close landen, den ich euch gerade im Tageschart gezeigt habe. Exakt hier in dieser Lücke. Das heißt, haben wir das bitte auf dem Schirm hier unten. Hier wäre dann der Vier-Stunden-Chart überverkauft, denn da sind wir jetzt bereits im grenzwertigen Bereich. Und der Tageschart wäre ansatzweise überverkauft. Das heißt, hier unten hätten wir eine massive Kaufgelegenheit und wüssten vor allen Dingen auch ganz genau. Und das macht das Chance-Risiko-Verhältnis hier unten so extrem attraktiv. Und deswegen denke ich auch, dass der Markt hier zumindest für eine scharfe Erholungsbewegung zupacken wird. Du hast hier ein sensationelles Chance-Risiko-Verhältnis. Denn eins ist doch völlig klar. Wenn diese Tiefs aus dem Juni brechen, dann will ich nicht mehr im Markt sein. Definitiv nicht. Weil dann ist hier potenziell natürlich eine Bärenfalle angesagt, dass wir wieder drüber dippen und dann steigen. Das kann man dann immer noch traden, wenn es so weit ist. Aber potenziell droht dann hier einfach der 2008er-Moment, dass du durchbrichst, das ein bisschen später als Widerstand testest. Und dann merkt der Markt, ich muss loslassen. Und dann erinnern wir uns an den Clip vom Anfang. Dann kann eben die Panik beginnen und diese Kaskade zur Downside ausgelöst werden. Das heißt, haben wir das bitte auf dem Schirm. Man kann natürlich jetzt hier in diesem Bereich erste kleine Long-Positionen aufbauen. Du hast jetzt noch circa 3% Downside im S&P 500. Und dann kommt es hier zum absoluten Showdown, ob die Juni-Tiefs halten. Wir kommen zum Nasdaq 100 Update. Und hier auch aktuell wirklich sehr, sehr charttechnisch schönes Verhalten, muss man sagen. Wir sind hier durchgebrochen. Gestern haben es nochmal probiert, hatten sogar einen kleinen Fake-Out aus diesem Trend ein weiteres Mal. Aber natürlich hier böse Abverkauf dann mit der Rede von Jerome Paul. Und hier sind wir jetzt durch den horizontalen Bereich durchgebrochen. Aber finden jetzt hier im nächsten horizontalen Bereich, den ich hier eingezeichnet habe, seit längerer Zeit aktuell etwas Support bei exakt 11.500 Punkte. Warum? Weil wir hier lokalen Support gefunden hatten, der durchaus relevant ist und vor allen Dingen, weil wir hier im Mai ein signifikantes Tief hatten. Signifikant muss man auch ein bisschen in Anführungsstrichen setzen an der Stelle, weil der Tageschart zeigt uns tatsächlich an, dass wir relativ wenig Support haben zur Downside. Wir sehen jetzt hier die nächste Zone wäre dann der Bereich um die 11.300 Punkte und übergeordnet dann eben auch die Attacke auf die Juni-Lows. Hier sind natürlich auch Gaps in dem Bereich, ähnlich wie beim S&P 500. Das heißt, hier müssen wir uns auch darauf einstellen, dass wir hier im Bereich um die, wenn dann hier diese Trendlinie verlängert ist, dass wir hier im Bereich um die 11.100 bis 11.200 Punkte hier auch ein sensationelles Chance-Risiko-Verhältnis bekommen für Long-Positionen. Denn wenn wir hier rauszoomen und schauen uns die Situation an aus dem Jahr 2020, dann ist unter dem Bereich sehr, sehr wenig Widerstand und Support. Wir haben hier dann nochmal Support bei 10.600 Punkte. Das wäre dann so ein gewisser Undercut unter diese Tiefs aus dem Juni. Ein ähnliches Szenario gäbe es auch im S&P 500, dass wir knapp unter die Juni-Tiefs abdippen. Darauf komme ich morgen zu sprechen im Video, wo wir da praktisch noch ein Fangnetz hätten unter den Tiefs im Juni. Aber übergeordnet müssen wir einfach wissen, dass die Luft hier sehr, sehr dünn wird, auch im Nasdaq, wenn die 11.000 Punkte hier brechen sollten. Deswegen hab auf dem Schirm, dass wir jetzt hier aktuell im Bereich sind, wo der Nasdaq noch circa 3,3% Downside-Potenzial hat, bis wir dann hier wirklich sehen, ob wir einen Doppelboden bekommen auf den Juni-Tiefs oder ob es hier wirklich auch im Nasdaq noch mehr Downside zu erwarten gibt. Wir kommen zum Bitcoin und den schauen wir uns zuerst mal kurz im Tageschart an. Ich möchte euch einfach mal diesen absolut phänomenalen Abwärtstrend zeigen. Hier seit den All-Time-Highs beim Bitcoin immer wieder perfekt respektiert. Hier zuletzt auch zur Downside sogar mal ab und zu mit Übertreibungen und zuletzt hier natürlich eingeleitet mit den Tiefs im Juni bei 17.600. Diese Konsolidierungsbegung absolut symmetrisch. Auch hier bärisches Pendant, also bärisches Dreieck, bärisch gebrochen, dann die Konsolidierung, bärisch gebrochen, hier wieder das bärische Pendant, bärisch gebrochen, Konsolidierung und jetzt ist halt die Frage, brichst du diese Konsolidierung hier bärisch und läufst dann im Endeffekt in mein Target rein von übergeordnet 12.000 bis 10.000 US-Dollar. Das müssen wir auf dem Schirm behalten. Das ist die aktuelle Situation im Bitcoin und jetzt schauen wir uns noch kurz den 4-Stunden-Chart an. Und der 4-Stunden-Chart verheißt meines Erachtens ja auch aktuell nichts Gutes. Wir waren gestern hier in dem Bereich der Rede von Jerome Paul mit einer massiven Übertreibung nach oben. Wir hatten auch brutales Volumen, wenn wir rauszoomen. Wir hatten bis auf den absoluten Eskalationstag im Volumen, wo wir diese Aktion hatten von Binance hier oben, diese böse Bullenfalle, als wir kurz kostenlos Bitcoin traden können, was übrigens aktuell auch wieder geht, was mich so ein bisschen ja auch noch weiter skeptisch stimmt dem Bitcoin gegenüber. Es war damals eine Bullenfalle, dieser kostenlose Trading-Bereich auf Binance, wo eben die Dickfische nochmal abladen konnten bei sehr, sehr guten Preisen, bevor es dann nach unten geht. Und aktuell können wir eben Bitcoin wieder kostenlos traden. Ich sehe das jetzt noch nicht zwangsläufig als was Negatives, aber die Preis-Action zeigt mir einfach, dass es eben aktuell nicht die Dickfische sind, die hier zu packen, sondern der Bitcoin ist hier übergeordnet mit ein paar kleinen Übertreibungen nach oben im Bereich eines absteigenden Dreiecks unterwegs. Wir haben das jetzt hier auch schon mehrfach unterschnitten. Gestern auch ein neues lokales Tief generiert und hier ist jetzt definitiv Vorsicht angesagt. Klar sind wir jetzt im Bereich von dem möglichen Doppelboden nach wie vor zu dem Unitief und wir sind auch nach wie vor in einem Bereich, wo man wirklich langfristige Bitcoin-Positionen aufbauen kann. Aber hab wirklich auf dem Schirm mit jedem Tag, man könnte sagen mit jeder Stunde, wo der Bitcoin sich unter den 19.800 Punkten aufhält, wird hier ein erneuter Breakdown, wie ich ihn euch gerade im Tageschart gezeigt habe, in diesem Bereich wahrscheinlicher. Und dann hätte der Bitcoin einfach noch mal circa 40 Prozent, wir können das mal genau abmessen, wie wir wirklich von der Downside aufgestellt werden, ja circa 40 Prozent Downside zu den entsprechenden aktuellen Ständen im Bitcoin. Habt es auf dem Schirm, gefällt mir nicht derzeit. Der RSI hat jetzt auch wieder viel Platz zur Downside, weil wir den gestern hier mit dieser Rallye vor allen Dingen auch heute schöne Rallye gesehen haben, aber die jetzt natürlich wieder massiv abverkauft wird. Ich bin hier skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Und die Marken für diejenigen, die hier unterwegs sind, ab 18.000 US-Dollar wirklich extrem vorsichtig werden. Und meines Erachtens bei 17.500 Dollar muss man so positioniert sein im Kryptobereich, dass man 40 Prozent Downside aushalten kann. Ich bedanke mich vielmals, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal auch in die Videobeschreibung. Dort findest du unter anderem die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10x Trading. Das ist der beste Weg, wie du den Kanal unterstützen kannst. Und du bekommst Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du individuelle Anfragen an mich stellen kannst für Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.